Und das war's jetzt? Was? Ja, wir. Kennst du das Märchen von König Drosselbart? Also, es war einmal eine total verwöhnte Prinzessin, die ihren Arsch hinterhergetragen bekommt. Dann kommt der Tag, an dem soll sie endlich heiraten, doch die Alte macht sich über jeden Prinzen lustig, der ankommt. Bis ihr Papa dann mit dem erstbesten Bettler verheiratet, der in das Tor klopft. Da konnte sie schreien und schimpfen, so viel sie wollte, hat alles nichts gebracht. Sie musste mit dem Bettler gehen. Kein Happy End? Happy End. Bis sie dann am Ende herausfindet, dass dieser Bettler auch nur ein Prinz ist, muss die Prinzessin ganz schnell durch die Scheiße gehen. Doch am Ende hat es echt geschafft, einen besseren Menschen aus ihr zu machen. Bin ich dein Bettler? Nee.